Es wäre besser, wenn wir darüber mal nachdenken, warum wir nicht zusammen in Rammstein waren. Oder warum wir nicht zusammen bei den Bilderbergern waren. Ich bin auch der Meinung, Bilderberger versucht man für den Mainstream klarzumachen. Bilderberg wird Mainstream. Bilderberg wird Mainstream. Und darüber macht sich keiner Gedanken, was das eigentlich bedeutet, Bilderberg, wenn die Mainstream werden. Die Frage ist aber, wie kommen wir zueinander? Wie kommt die Friedensbewegung oder die Menschengruppen zusammen, die ein einziges Thema in Wirklichkeit haben? Wir brauchen ein anderes System. Ein komplett anderes System. Wir brauchen kein System, das wir an den Symptomen herumdoktern, sondern wir brauchen ein anderes System. Outside the box. Wir brauchen Menschen in der Bewegung. Und das sollten sich auch die alten Hasen in der alten Friedensbewegung zu Gemüte führen. Wir brauchen die jungen Leute. Die Grünen, die Antifa, die Antideutschen, die haben junge Leute. Wir haben die jungen Leute noch nicht erreicht. Das ist ein Armutszeugnis für alle Beteiligten. Die Politiker, die sich allzu leicht an Detailfragen festhaken und die großen Linien nicht aufzeigen. Die Medien, denen billige Schlagzeilen oft wichtiger sind als saubere Information. Die Fachleute, die sich oft zu gut dafür sind, in klaren Sätzen zu sagen, was Sache ist. Stattdessen gefallen wir uns in Angstszenarien. Kaum eine neue Entdeckung, bei der nicht zuerst nach den Risiken und Gefahren, keineswegs aber nach den Chancen gefragt wird. Kaum eine Anstrengung zur Reform, die nicht sofort als Anschlag auf den Sozialstaat unter Verdacht gerät. Ob Kernkraft, Gentechnik oder Digitalisierung. Wir leiden darunter, dass die Diskussionen bei uns bis zur Unkenntlichkeit verzerrt werden. Teils ideologisiert, teils einfach idiotisiert. Solche Debatten führen nicht mehr zu Entscheidungen, sondern sie münden in Rituale, die immer wieder nach dem gleichen Muster ablaufen, nach einer Art Sieben-Stufen-Programm. Erstens, am Anfang steht ein Vorschlag, der irgendeiner Interessengruppe Opfer abverlangen würde. Zweitens, die Medien melden eine Welle kollektiver Empörung. Drittens, spätestens jetzt springen die politischen Parteien auf das Thema auf, die einen dafür, die anderen dagegen. Viertens, die nächste Phase produziert ein Wirrwarr von Alternativvorschlägen und Aktionismen aller Art bis hin zu Massendemonstrationen, Unterschriftensammlungen und zweifelhaften Blitzumfragen. Fünftens, es folgt allgemeine Unübersichtlichkeit. Die Bürger werden verunsichert. Sechstens, nunmehr erscheinen von allen Seiten Appelle zur Besonnenheit. Siebtens, am Ende steht meist die Vertagung des Problems. Der Status quo setzt sich durch. Alle warten auf das nächste Thema. Das ist aus einem Buch, das Buch der Deutschen im Lübbe Verlag, vor mehr als zehn Jahren erschienen. Und ich habe aus einer Rede von dem ehemaligen Bundespräsidenten Werner Herzog vorgelesen. Diese Rede ist auch als Ruckrede bekannt geworden. Ich frage mich schon seit Längerem, warum wir in der Friedensbewegung nicht zueinander kommen, nicht eine Einheit sind, nicht eine Gruppe darstellen, nicht einen Satz, dass wir alle für Frieden sind, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns zusammenbringt und nicht auf das konzentrieren, was uns auseinander differenziert, auseinanderbringt. Die Friedensbewegung ist nach meiner Meinung in zwei große Gruppen aufgeteilt oder in zwei große Gruppen aufgespalten, die wiederum in mehreren kleineren Gruppen differenziert ist. Aber in zwei großen Gruppen. Und deswegen habe ich diese Ruckrede von Werner Herzog genommen. Werner Herzog ist damals in der Wiedervereinigung der Bundespräsident gewesen, viel beachtet, einer der besseren Bundespräsidenten, weitaus besser als den Gaukler, den wir jetzt haben. Kein Kriegspräsident, sondern ein Vereinigungspräsident, ein Friedenspräsident war er gewesen, der vor allem mit den Bürgern im Osten versucht hat zu sprechen. Und der vor allem die östlichen, die Ängste, die damals nach der Wiedervereinigung vor allem im Osten gewesen sind und auch sich gefragt hat, wie baut man dieses Land jetzt auf und so weiter. Und der sehr viele Reisen durch den Osten gemacht hat. Und ich habe mich an diesem Wochenende, an diesem Wochenende gab es drei große Ereignisse in Deutschland. Zwei davon wurden wenig beachtet. Eins wurde total groß beachtet. Das ist Rammstein gewesen. Das ist die Bilderberg-Konferenz in Dresden gewesen. Und das ist die Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft, die überproportional natürlich in aller Munde ist. Rammstein und Bilderberg gehört man nicht. Aber ich habe festgestellt, dass in Rammstein vor allem die Friedensaktivisten aus Westdeutschland, vor allem nicht, es sind auch Ostdeutsche da gewesen, aber vor allem die Wessis in Anführungsstrichen da gewesen sind und in Dresden die Ossis da gewesen sind. Und ich habe mich gefragt, warum waren nicht alle entweder bei den Bilderbergern oder alle entweder bei in Rammstein? Und es gibt in der Friedensbewegung schon seit Längerem so diese Aufspaltung zwischen den Souveränisten, also die, die sagen, wir brauchen eine neue Souveränität, wir brauchen einen Volksentscheid, wir definieren uns eher in dem Friedensvertrag als Nationalstaat, als Völkerrechtsstaat und so weiter, als anerkannter Staat innerhalb des Völkerrechts, als souveräner Staat. Und es gibt in anderen Flügel die Leute, die sagen, interessiert uns nicht so sehr das Thema, dazu gehöre ich auch, ich gehöre dazu auch, interessiert uns nicht so sehr das Thema, wir wollen lieber über den Frieden reden und über die Möglichkeiten von Frieden und wir wollen den Krieg anklagen und mein Thema ist ja immer der innere Frieden gewesen und bleibt es auch lange Zeit, der innere Frieden, nicht der äußere Frieden, weil ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass der innere Frieden zum Äußeren führt und der Äußere nicht zum Inneren führt. So, jetzt gibt es aber zwei Gruppen und ich habe mir am Wochenende den Kopfvermeistern gefragt, warum ist das so? Und ich habe, glaube ich, festgestellt, dass es zwei Gruppen in diesem Land gibt und die sind immer noch getrennt in Ost und West. Und die Ostdeutschen verhalten sich ganz anders als die Westdeutschen innerhalb der Friedensbewegung. Das Thema Pegida zum Beispiel, das ich als Bürgerbewegung eher betrachte, natürlich mit dem für mich schlechten Slogan gegen den Islamstaat oder gegen den Islam zu sein und so weiter und zu befürchten, wir kriegen hier jetzt irgendwie einen islamischen Staat oder so, für mich ist das persönlich Nonsens, aber trotzdem versuche ich die Ängste, die sich dahinter verbergen, zu begreifen. Warum hat sich das alles so gespalten? Für mich hat sich Pegida aus der Friedensbewegung gespalten, aus der Friedensbewegung deswegen, weil bestimmte Themen nicht artikuliert wurden in den ersten 18 Monaten und so. Und dann hat sich eine große Front gebildet und das ist hauptsächlich ein Phänomen im Osten. Das gab es auch im Westen, Pegida gab es auch im Westen, aber im Westen ist Pegida ziemlich klein und im Osten hält sich immer noch wacker Leute aus der Pegida halt so. Und ich denke, jetzt mache ich einfach mal einen Break, damit ihr versteht, worüber ich heute mit euch reden will und was ich eigentlich so für mich als eine Erkenntnis versuche anzunehmen oder was ich für mich als Schluss genommen habe, was für mich auch Sinn ergibt. Warum sind die Leute aus Ostdeutschland und aus Westdeutschland innerhalb der Friedensbewegung noch so unglaublich unterschiedlich und haben noch so unterschiedliche Meinungen vom Frieden oder vom Bürgeraufstand oder von einer Veränderung der Gesellschaft? Warum ist das so? Und ich glaube, ich habe es für mich herausgefunden. Wir, ich bin im Westen groß geworden, wir hatten keine Mauer, aber wir waren auch ohne Mauer in einem Gefängnis, in einem alliierten Gefängnis, vor allem in einem Gefängnis mentaler Prozesse, Bildungsprozesse, die sich vor allem proamerikanisch geäußert haben, proisraelisch, ich sage nicht projüdisch oder negativjüdisch, ich sage proisraelisch und damit meine ich natürlich die Regierung immer, nicht die Menschen. Also proamerikanisch, pro-US-Regierungsamerikanisch oder so kann man sagen. Ich meine nicht die Bürger, nicht die Menschen, sondern ich meine die Administrationen immer. Und im Osten ist es so gewesen, dass ein sehr hartes Diktat über Stalin damals in Ostdeutschland gesetzt wurde und die Mauer gebaut wurde. Die ehemalige DDR war ein riesiges Gefängnis und die Leute in der DDR haben haptisch in einem Gefängnis gewohnt. Die Leute im Westen haben nicht in einem Gefängnis gelebt, sondern sie haben das als Befreiung verstanden. Als Befreiung. Im Westen, im Osten gab es drakonische Strafen, wenn man gegen die DDR war. Wenn man gegen die DDR war, hat die Stasi dafür gesorgt, dass man wieder dafür war oder nach Bautzen kam, also in irgendwelche Gefängnisse und so weiter. Das wissen wir alles. In Westdeutschland war das überhaupt nicht so. Aber in Westdeutschland waren ja auch diese drakonischen Strafen ganz anderer Natur. Denn sie waren harte Anpassungsprozesse, die ganz weich waren für uns. Die heißen McDonalds, Coca-Cola und Hollywood. Aber das waren geistige Gefängnisse, die damals gebaut wurden, um uns pro-amerikanisch zu stricken. Und wenn man das aus der, wenn man beides aus den Damen, was ich jetzt nicht machen kann, weil das viel zu lang dauert, wenn man beides aus der damaligen Perspektive betrachtet, in einem herrschte ein strenges Diktat und in dem anderen eine Freiheit, die gar nicht eine Freiheit war, die aber als Freiheit gefühlt wurde. Und im anderen gab es aber schon drakonische Strafen und es gab das haptische Symbol der Mauer. Die wurde ja von der DDR gebaut, von Ulbricht damals gebaut. Im Auftrag natürlich der Sowjetunion. Nehmen wir zumindest anhand der Geschichtsbücher an, wie das nun wirklich war, spielt für das, was ich sagen will, auch nicht so groß die Rolle. Also wir haben im Grunde genommen zwei ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten konditioniert, die letztlich zu Frieden und Freiheitsbegriffen führte, im Westen wie im Osten. Der Osten, also Ostdeutschland, die ehemalige DDR, die Menschen, die hauptsächlich heute Teil dieser Bundesrepublik Deutschland auch geworden sind, die lebten in einem Gefängnis. Das darf man nicht unterschätzen. Die haben das auch gefühlt und gespürt, dieses Gefängnis. Und ich glaube, dass aus dieser Konditionierung, aus dieser Tradition heraus die Leute radikaler denken als wir. Denn die lassen sich, die haben keinen Bock mehr auf Gefängnis. Wir wissen, wir hier im Westen, wir wissen gar nicht, was das heißt, wenn ein Staat ein Gefängnis ist. Wir denken dieser, oder wir sind groß geworden in dem Glauben, also ich bin groß geworden in dem Glauben, dass die Nazi-Befreiung stattgefunden hat, jetzt in Anführungsstrichen, ich weiß heute, das hat nicht stattgefunden, aber wir dachten, das hat stattgefunden und wir wurden in eine Glocke gehalten, die Freiheit, Frieden und ich weiß nicht, was bedeutet hat. Und der Frieden, der war ja fühlbar in der Bundesrepublik Deutschland, im Westdeutschland, in dem wir nicht mehr beteiligt waren an Kriegen. Und das wurde uns als großes trojanisches Pferd eingeimpft, wie im Osten als trojanisches Pferd eingeimpft wurde. Ihr lebt wirklich in einem Gefängnis. Das war ja, war quasi ja nicht so trojanisches Pferd. Das trojanische Pferd war der Sozialismus. Der sogenannte real existierende Sozialismus, der nie ein Sozialismus gewesen ist. Zumindest kein real existierender Sozialismus. Aber darüber will ich auch gar nicht reden. Ich will über die unterschiedlichen Mentalitäten sprechen. Und in Ostdeutschland gibt es hauptsächlich Verfechter und auch härtere Verfechter, die sagen, wir brauchen eine Souveränität, wir brauchen eine nationale Identität. Und so definieren die Freiheit und Frieden innerhalb dieses ganzen Begriffszusammenhanges. Auch mit der Erfahrung, in einem realen Gefängnis gelebt zu sein. Die heutigen Friedensaktivisten, die aus Ostdeutschland kommen, sind jetzt nicht in meinem Alter, aber sie sind vielleicht so 15 Jahre jünger. Die sind also beim Mauerfall, bei dem Ende der Mauer in der DDR, sind die also groß geworden. Vielleicht waren sie innerhalb der damaligen DDR noch im Kindergarten oder sie waren gar nicht im Kindergarten und waren gleich schon in dieser sogenannten freien, großen Bundesrepublik, die wiedervereinigte Bundesrepublik. Aber was spielt dabei eine große Rolle? Das ist nämlich die Familientradition. deren Eltern sind aber groß geworden in der DDR mit den haptischen, faktischen Dingen, wir haben tatsächlich ein Gefängnis. Wir dürfen nicht ausreisen etc. Das macht etwas mit Menschen und das wird man auch nicht los bei Menschen. Jeder Mensch, der in einer Kultur groß geworden ist, lebt diese Kultur auf eine bestimmte Art und Weise, selbst dann, wenn er sie verneint. Er lebt trotzdem in dieser Kultur und er lebt trotzdem. Jeder Mensch, auch jeder Deutsche, lebt in einem Familienverband. Onkel, Tante, Cousins etc. Und im Arbeitsumfeld und so weiter. Und diese sogenannte Verwestlichung Ostdeutschlands ist ein Prozess, den der Westen, ja gar nicht, den Westdeutschland ja gar nicht mitgemacht hat, aber die Ostdeutschen das wirklich gespürt haben, dass sie verwestlicht wurden. Und in der Verwestlichung der sogenannten Ostdeutschen haben die schnell gespürt, dass da was nicht klappt. Nachdem die gemerkt haben, sie werden betrogen. Nachdem sie gemerkt haben, Freiheit bedeutet nicht Konsum und Konsum bedeutet knallharte Arbeit etc. Das haben die ja alles gemerkt. Darüber will ich auch gar nicht reden. Das ist jetzt geworden. Das ist jetzt so, wie es ist. Wir leben im Jahr 2016 und da ist das so, wie es ist. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass die Menschen im Osten, jetzt nicht alle, man kann die nicht alle pauschal sehen, man kann auch die Leute im Westen nicht pauschal sehen, aber dass es im Grunde genommen im Osten in eine bestimmte Richtung ging und im Westen in eine bestimmte Richtung ging, was Freiheit, Frieden, Gleichberechtigung und neue Welt halt bedeutet oder Nationalität oder wie positioniert sich Deutschland oder wie positionieren sich deutsche, deutsche, deutschgeborene Menschen und so. Wie, wie kriegen die ihr Leben geregelt in dieser großen Welt? Und das hat sich komplett anders definiert. Und ich glaube, dass das ein Hauptthema der Spaltung nicht nur, also nicht nur ein einziges, aber es ist eines der ganz großen Themen, über die wir noch nie innerhalb der Friedensbewegung geredet haben, die uns gespalten haben. Und das sehe ich in Rammstein und das sehe ich bei den Bilderbergern, die letztes Wochenende passiert sind. Ich habe zum Beispiel eine, etwas von den Bilderberg, von den Dresdner, die beim Bilderberger Treffen dabei waren und die demonstriert haben dagegen, etwas ins Internet gestellt und schon kam bei mir runter, das sind Rechte, das sind Rechte, das sind Rechte. Ich denke, ich habe in dem Moment gedacht, mein Gott, warum lasst ihr nicht mal ab davon? Das sind Menschen, die sind vielleicht nicht so wie du, die sind auch nicht so verwestlicht oder so verlinkt, ich meine nicht links sein mit verlinkt, ich meine jetzt nicht irgendwie Computersprache, sondern die sind nicht so links, denkend vielleicht und die lehnen das vielleicht auch ganz anders ab, als wir das gewohnt sind. Wenn im Westen ein Linker groß geworden ist, also ein Mensch, der sich links orientiert, groß geworden ist im Westen und ein Mensch, der sich links orientiert in der DDR, so sind beide nicht das, was beide vorgeben, sie sind beide nicht links, die sind beide völlig zerstritten, wenn die sich treffen. Die einen haben aber den sogenannten real existierenden Sozialismus erlebt und die anderen, die haben sowas wie republikanische Demokratie erlebt, wenn überhaupt irgendwie etwas. Auf jeden Fall haben die irgendwas erlebt, was man bei uns mehr Demokratie als links oder rechts nannte. Bei uns war es immer Demokratie, Demokratie, Demokratie. Das war eigentlich immer so, vor allem in der Bonner Republik immer so das Thema. Das hat sich nach der Wende halt alles ein bisschen verändert. Aber aus diesen Traditionen kommen die Friedensbewegten aus ganz Deutschland zusammen. Und das ist ein Thema, das ich hoffe, dass ihr mal einfach mal in der Tiefe darüber nachdenkt, dass man diese Leute, also weder die Wessis, ja, ich sage jetzt Wessis, die Westdeutschen noch die Ostdeutschen immer anhand dieses ganzen Links-Rechts-Gedusel, dass man die auf diese Art und Weise nämlich diffamiert und dass man die auf diese Weise auch raushält von irgendwelchen Bewegungen, weil das gehört dann nicht dazu. Wir kommen nur dahinter, wenn wir dem folgen, was Werner Herzog in seiner Ruckrede auch gesagt hat. Wir müssen die Dinge tiefer sehen. Wir können die Dinge nicht platt und pauschal anhand von irgendwelchen Marketingstrategien, die für mich in meiner Peergroup gerade besser sind, sehen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wir entweder, also wir leben in Europa und die Bundesrepublik Deutschland ist, ist eine Nation, die sehr geschichtsträchtig ist und die kann man nicht wegmachen. Wie das Helmut Schmidt mal gesagt hat, in 200 Jahren wird es Russland noch als unseren Nachbarn geben. In 500 Jahren wird es Russland als unseren Nachbarn noch geben. In 1000 Jahren wird es Frankreich als unseren Nachbarn noch geben. Und Deutschland wird es als Nachbarn von Frankreich und England und Holland und so weiter wird es geben. Das ist nicht wegzumachen. Das geht nicht. Das kann man nicht wegmachen. Auch wenn das jetzt durch die EU versucht wird als Einheitsbrei darzustellen. Das wird nicht funktionieren. Ich bin da sehr optimistisch. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht gehen, weil die Menschen selber wollen das nicht und daran wird es letztlich hapern. Und da kann die Wirtschaft noch so viel tun. Es wird an den Menschen hapern. Und wenn das unsere Nachbarn sind und wenn wir gemeinsam dieses Land sind in einer Tradition von Jahrhunderten, die nun mal so sind, wie sie nun mal sind, müssen wir auch versuchen, und zwar beide Seiten, ja, im ganzen Land, versuchen uns einander zu verstehen und nicht uns einander zu trennen, zu spalten und zu sagen, die gehören jetzt nicht, weil die haben jetzt mal vielleicht aus unserer Sicht, aus unserer Westdenker Sicht einen Fehler gemacht, nur weil sie jetzt mal das gegründet haben, das gemacht haben oder in diese Wege gegangen sind und eine ganz andere Sprache sprechen als wir, weil die ist sozialistisch dominiert von der damaligen DDR und so haben die halt ihren Slang. So wie wir auch unseren Slang haben, der hauptsächlich kapitalistische Natur ist, so haben wir unseren Slang, wir denken sofort ans Management, an die und so weiter und so strukturieren wir uns ja auch, so sind wir dann in unseren Handlungen und so. Es wäre besser, wenn wir darüber mal nachdenken, warum wir nicht zusammen in Rammstein waren oder warum wir nicht zusammen bei den Bilderbergern waren. Ich habe das Gefühl oder ich sage es mal anders, als es diese ganze Bewegung ja noch nicht gegeben hat. Da war alles Schall und Rauch, also Freeman, der allererste, der zu den Bilderbergern hingefahren ist, sich ein Hotel gemietet hat, Laptop aufgemacht hat, Kamera positioniert hat, gefilmt hat und sogar Live-Ticker gemacht hat auf seiner Seite alles Schall und Rauch. Da gab es die Leute, die heute auf Bilderberg waren, die gab es noch gar nicht. Bilderberg war eine Verschwörungstheorie, da sind nur Spinner hingegangen. Heute erleben wir zum Beispiel jetzt die Kamerafrau, die heute hier ist, die jetzt hinter der Kamera steht, Haro, die mir einiges, weil sie war bei Bilderbergern und sie hat mir einiges erzählt, was man nicht filmen kann bei Bilderberger und sie hat mir dort einiges erklärt und ich bin auch der Meinung, Bilderberger versucht man für den Mainstream klarzumachen. Bilderberg wird Mainstream. Bilderberg wird Mainstream und darüber macht sich keiner Gedanken, was das eigentlich bedeutet, Bilderberg, wenn die Mainstream werden. Und irgendwann wird keine Ahnung, was auch immer aus der Friedenswägung oder Chemtrails, irgendwann werden auch Chemtrails Mainstream werden. Da könnt ihr euch drauf verlassen, dass das so sein wird. Es ist mit, ich bin jetzt 54 und das ist nicht die erste sogenannte Verschwörungstheorie, die ich erlebt habe, die niemand kannte und die heute Mainstream ist. Keiner glaubt mehr an die Harvey Oswald als Alleintäter, nur noch die sogenannte offizielle Theorie glaubt daran. Aber bei den Bürgern, also da glaubt keiner mehr. Da glaubt keiner mehr dran, dass das so ist. Und das wird mit 9-11 irgendwann Mainstream sein. Aber dann ist George Bush tot, so wie Kennedy und die ganzen Leute, die jetzt mit der Kennedy-Sache vielleicht was zu tun haben, die leben heute vielleicht auch alle gar nicht mehr. Dann kann man darüber ja auch so reden. Ach ja, naja, war ja kein Einzeltäter. Naja, so ist, man kann die Täter ja nicht mehr dingfest machen. Und so wird das mit 9-11 auch sein. In 20 Jahren, wenn George Bush Senior nicht mehr existiert und Cheney vielleicht und Rumsfeld auch, und Wulfowicz so unter der Erde liegen, dann wird man darüber ganz anders denken. Dann wird man so tun, als wenn das noch nie eine Verschwörungstheorie gewesen ist. Und so wird das mit Bilderberg auch sein. Also ich bin alt genug, um diese Erfahrung, ich habe diese Erfahrung mit einigen Theorien gemacht, dass die so waren. Und das ist so, das wird so laufen. Die Frage ist aber, wie kommen wir zueinander? Wie kommt die Friedensbewegung oder die Leute, die Menschengruppen zusammen, die ein einziges Thema in Wirklichkeit haben? Wir brauchen ein anderes System, ein komplett anderes System. Wir brauchen kein System, dass wir an den Symptomen herumdoktern, sondern wir brauchen ein anderes System, outside the box. Wir müssen outside the box denken. Und die Box ist das System. Und diese Box brauchen wir nicht mehr. Wir müssen eine andere, also jetzt nicht eine Box, aber wir müssen ein anderes System erschaffen. Ein komplett anderes System und nicht herumdoktern an irgendwelchen kleinen Peergroup-Befindlichkeiten, weil das sehen wir so und das sehen wir so. Und wir brauchen dazu alle Menschen dieses Landes. Wir brauchen ganz Europa eigentlich dafür. Wir brauchen eine Bewegung in ganz Europa. Europa, sonst werden Leute wie Rumsfeld, Trump, wie heißt jetzt die neue, wahrscheinlich jetzt als neue, Clinton, die werden gewinnen. Die werden die neuen Schlachtermeister werden. Für die Mächtigen, die uns zum Schafott führen, zum gesellschaftlichen Schafott führen und uns drangsalieren, solange es geht mit ihrem Kapitalsystem. Und das brauchen wir vollkommen neu. Wir brauchen nicht einen herumdoktern an irgendeiner Finanz-Wirtschaftstheorie. Wir brauchen ein komplett anderes System dafür. Und dafür brauchen wir alle Menschen. Und das ist etwas, was mich zutiefst bewegt, dass wir das einfach nicht hinkriegen. Dass wir einfach immer wieder schnell da drin sind, ein Staubkorn im anderen zu sehen, um ihn zum Feind zu machen. Das System ist doch unser Feind. Also das, was wir verändern wollen. Wir wollen doch nicht die Leute hier verändern. Warum wollen wir die Leute verändern? Also die Leute brauchen wir nicht zu verändern. Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Wir müssen das System verändern. Wir brauchen ein völlig neues System. Und wir brauchen ein Bewusstsein, dass dieses System auch veränderbar wird. Und nicht ständig in diesen kleinen Krämereien herumdoktern. Wenn wir zu diesen Bewegungen gehen, Friedensbewegungen, Occupy-Bewegungen, Bilderberger und Verschwörungsdinge, Chemtrails und was weiß ich, was noch alles so innerhalb dieses da existiert, dann ist es auffällig, dass wir dort immer nur ältere Menschen finden, aber keine jüngeren. Wir brauchen Menschen in der Bewegung. Und das sollten sich auch die alten Hasen in der alten Friedensbewegung zu Gemüte führen. Wir brauchen die jungen Leute. Die Grünen, die Antifa, die Antideutschen, die haben junge Leute. Wir haben die jungen Leute noch nicht erreicht, weil wir uns immer nur streiten um Themen, um die sich gar nicht gestritten werden soll. Wir bräuchten eine einheitliche Einstellung für eine einheitliche Theorie. Und die ist doch ganz einfach, die braucht niemand erfinden, das ist nämlich die des Friedens. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden. Was danach kommt und was der eine anders denkt als der andere, das ist doch erstmal egal. Wir sind doch alle unterschiedlich. Aber wir wollen den Frieden haben. Wir wollen keine NATO-Kriege. Da wollen wir hin. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Und wir sollten uns, was diese Theorie angeht, an die Fehler heften, die wir gerade ganz stark machen. Das ist nämlich, wir trennen die jungen Leute von unseren alten Themen. Und wir müssen die Jugend erreichen. Wir müssen die Jugend erreichen. Wir müssen 16- bis 25-Jährige ganz stark erreichen. Und wir brauchen keine alten Säcke, so wie mich, die dann irgendwo ihre 20, 30 Reden schwingen und dann, ja, ist alles toll oder so. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Menschen, alte Säcke wie ich, die junge Leute erreichen. Und die reinziehen in die Bewegung. Denn das wird mit meinem Alter, mit meinen 50 Jahren, über 50 Jahren, wird das nicht passieren. Die junge Generation baut die neue Welt auf. Das ist in jeder jungen Generation so. Vor 20, 30 Jahren war ich diese junge Generation, die eine neue Welt aufgebaut hat. Aber das sind jetzt die 17-, 16- bis 25-Jährigen, jungen Erwachsenen. Das sind die, die wir kriegen müssen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Und nicht auf, der ist jetzt aber rechts, weil er bei den Bilderbergern war. Der ist jetzt aber links, weil er bei Rammstein war. Der ist okay und der ist nicht okay. Das ist so ein hausgemachter Bullshit. Da sträumen sich mir die Nackenhaare, dass es so ist. Das ist ein Fehler, den wir begehen. Das ist ein Fehler. Warum? Weil wir eigentlich einen Vorteil für die Herrschenden dadurch produzieren, wenn wir uns trennen. Wenn wir nicht endlich den Arsch in der Hose haben zu sagen, okay, fand ich nicht so gut, was du gesagt hast, aber komm mal her. Wir haben ja beide die gleiche Idee, wir wollen den Frieden. Wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 54 Jahre, ich bin Jahrgang 62. Ich bin mit richtigen Faschisten in Deutschland groß geworden, denn die lebten noch. Es lebten Menschen, die in der NSDAP waren. Es lebten Menschen, die in der Wehrmacht waren. Es lebten Menschen, die in der SS waren. Die lebten alle unter mir, als ich ein kleiner Junge war. Und ich kann mich an viele von denen erinnern. Das war Zucht und Ordnung. Das herrschte dort. Als ich in der Grundschule war, kriegte ich noch mit dem Knüppel einen auf den Arsch. Ich wurde in der Grundschule noch geschlagen. Viele meiner Generation wurden noch geschlagen. Und ich war die Generation in der Schule, wo das abgeschafft wurde. Aber es waren die alten Zöpfe. Es waren die alten Leute, die immer noch dran waren. Die durften es nicht mehr, aber die mussten sich ganz schön zusammenreißen. Und ich habe das also alles erlebt. Ich habe diesen Geist der Leute, die habe ich in meiner Generation, haben wir das alle. Also wer 60 geboren ist, 59 und davor so, ne. Sag mal vor 65, vor vielleicht 68 geboren ist. Die haben das alle noch erlebt, diese Menschen live in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend. Und ich habe mit vielen von diesen Leuten auch geredet. Mein Opa, mütterlicherseits, war in der SS. Mein Opa, väterlicherseits, war in der Wehrmacht. Der hat sich immer gedrückt, wollte das alles nicht. Hat aber Granatsplittern im Rücken und überall, nicht? So, und mein Opa, mütterlicherseits, der hat richtig Massaker veranstaltet über die SS. War nicht ein ganz hohes Tier, aber er war schon ein bisschen höher. Hat da vieles gemacht und so. Und jetzt will ich den Kreis mal drehen. In die heutige Zeit. Das Thema rechts, links, das ist so abgegriffen, wie nur irgendetwas abgegriffen ist. Wie ein handfester Griff, an dem man heute entlang gleitet und abstürzt. So glatt ist dieser Begriff geworden. Was heute von vielen Leuten als rechts oder als Querfront oder als irgendwie rechtslastig definiert, das hat mit dem, was ich in meiner Jugend und in meiner Kindheit mit rechten Typen, mit NSDAP und Wehrmachts- und SS-Leuten jetzt nicht erlebt habe, deren Charakter, deren Einstellung ich gespürt und gefühlt habe, gar nichts zu tun. Gar nichts. Das ist einfach nur ein philosophischer Bruch, ein Denkbruch. Etwas, was die Leute vielleicht gar nicht wissen und so denken, aber deswegen ist es nicht rechts und deswegen ist es nicht faschistisch. Also die Stilblüten von aller Jutta Dietfurt, das ist pervers. Die Stilblüten der Antideutschen, das ist pervers, was das heute ist. Obwohl ich einiges von den Antideutschen, ich kann schon verstehen, warum die sagen, wir wollen das Deutsche ausrotten. Aber ich kann nicht verstehen, wenn die sagen, Bomber Harris, come again. Also das ist der absolute Oberhammer. Aber ich kann schon verstehen, was die meinen mit dem bürgerlichen deutschen Leben, das zu dem geführt hat, was damals war. Also man muss auch immer Verständnis entwickeln und nicht nur eine Ablehnung entwickeln. Weil man verstehen muss. Wir müssen einander verstehen lernen. Wir müssen einander verstehen lernen, weil wir sind jetzt alle hier auf diesem Planeten und wir müssen mit uns auskommen. Wir können nicht auf die nächste Generation warten. Wir sind die Generation, die das jetzt machen kann. Wir können nicht auf die nächste warten, weil wir es sind. Und jede Generation ist es immer. Sie ist immer der Apfel, an dem der ganze Baum hängt. Das ist immer die Generation. Und wenn wir das nicht hinkriegen und wenn wir uns in Kleinstreitigkeiten verzetteln und wenn wir nicht versuchen, uns einander anzunähern und miteinander zu diskutieren, ohne jemanden gleich abzulehnen, nur weil er das ist und weil er das ist, das ist das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, weil man damit die Geister zur Realität erhebt, vor denen man eigentlich Mittel finden muss, dass man die wegmacht. Und die schafft man damit ja eigentlich erst. Die schafft man damit erst. Ich war hier in Hameln, im Hamelner Forum. Das ist ein Forum, da kommen immer irgendwelche Gäste und die halten dann Buchvorträge oder Lesungen oder sowas. Unter anderem war es Krone Schmalz. Krone Schmalz war hier gewesen und ich wollte das eigentlich filmen. Mit meinem Filmteam wollte ich das filmen. Und der Veranstalter, ja, wer sind sie und so weiter. Die haben dann auf meine Internetseite geguckt und hat dann festgestellt, das Nichtkampfprinzip ist Querfront. Was wir machen ist rechts, weil ich mit Lars Mehrholz und mit Ken Jebsen irgendwas zu tun habe. Das hat der Mann so gesagt. Und das können die auf keinen Fall zulassen, dass jemand wie ich das filmt. Ups. Ich habe dann einfach nur gesagt, ich respektiere ihre Meinung, weil ich weiß, dass es nichts nützt, mit solchen Leuten jetzt zu reden über so etwas, weil mit Krone Schmalz kann ich auch anders irgendwie zusammenkommen und anders filmen. Muss ich jetzt nicht Hameln haben. Wäre nur schön gewesen, wenn es so bequem geworden wäre. Aber nicht, weil es ist ja hier um die Ecke. Aber das ist nicht passiert. So, dieser Mann, der war, also ich war trotzdem da, aber nicht mit meinem Filmteam, sondern nur als Zuschauer. Und dieser Mann, der saß die ganze, oder eine Zeit lang neben Krone Schmalz, als die Fragen kamen und auch davor. Und dieser Mann hat tatsächlich gesagt, man soll auf keinen Fall Vorurteile haben. Und wenn man welche hat, soll man sich mit der Person auseinandersetzen. Und man soll herausfinden, ob das nun wahr ist oder nicht. Was hat er dort gesagt? Und ein paar Stunden vorher hat er aber genau das Gegenteil mit mir gemacht, was er dort gesagt hat. Und ich glaube, dass dieser Mann das gar nicht merkt. Ich habe mich zu mehreren Fragen mehrmals gemeldet, aber dieser Typ hat mich halt nicht angenommen, weil er die Fragen immer angenommen hat für Krone Schmalz. Hat er halt eben nicht gemacht. Für mich ist dieser Mann einfach nur ein Beispiel. Ich habe da eher mitgefühlt mit ihm, als dass ich jetzt irgendwie ärgerlich bin auf diesem Mann. Der ist ein Beispiel dafür, wie sehr wir uns in Verirrungen rein katapultieren, von denen wir überzeugt sind, dass sie so sind, aber in Wirklichkeit sind das nur unsere eigenen Ideen und Gedanken, denen wir folgen, die aber mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Das weiß dieser Mann oder diese Menschen, es sind ja ganz viele, die jetzt sagen, Querfront und so weiter. Oder das ist rechts oder irgendwie so etwas. Das sind ja sehr viele geworden. Es ist unglaublich viele geworden. Aber diese Leute machen immer das Gleiche, schotten sich vor jedem Wissen ab und nee, ich habe mit dem nichts zu tun, will ich nicht, der ist rechts, fertig ist die Wurst. So denken die. Und wenn wir weiterhin solche Menschen züchten, züchten, auf der einen wie auf der anderen Seite, weil irgendwann, kann ich mir vorstellen, wird es auch in der Friedensbewegung Leute geben, die sagen, nee, mit denen will ich jetzt wirklich nichts mehr zu tun haben. Wenn die Anti verkoppt, mit denen reden wir gar nicht mehr. Oder wenn die Anti-Deutschen quatschen, lass die mal quatschen, mit denen reden wir gar nicht mehr. Nicht? Und so. Oder wenn Jutta Dietfurt, mit der reden wir nicht mehr. Wir müssen bis zuletzt versuchen, mit denen zu reden. Bis zum Schluss. Wer das nicht versteht, hat keine Ahnung von Frieden. Und wer das nicht versteht, weiß nicht, auf was für ein schweres Thema er sich eingelassen hat. Ich habe von Anfang an, da gab es zwar diese Antifa und diese ganzen Sprüche noch nicht von denen, aber ich habe von Anfang an gewusst, dass für den Frieden sich einzusetzen, die schwierigste Aufgabe von uns Menschen überhaupt ist. Das ist das Allerschwierigste, mit dem wir uns jemals beschäftigen werden. Und wenn wir den Frieden hinkriegen, müssen wir alles tun, um das zu schaffen. Wir müssen alle Brückenbauer werden, auch wenn es uns manchmal sehr kränkt. Mich hat das gekränkt, was dieser Mann gesagt hat. Dass ich in der Querfront sei, dass das nicht im Prinzip rechts ist und Querfront und das nur, weil ich mit Ken Jebsen zusammen ein bisschen was mache und mit Lars Meerholz, dass ich dann ein Rechter bin. Natürlich kränkt mich das. Das ist ja nicht, dass mich das kalt lässt und ich sage, ach nö, nö, nö. Natürlich kränkt mich das. Das kränkt jeden Friedensaktivisten, wenn er für das Gegenteil, wenn über ihn das Gegenteil behauptet wird, für das, für das er eigentlich steht. Nämlich für den Frieden. Das ist das Gegenteil für das, was Hitler gestanden hat. Hitler hat für den Krieg gestanden. Ich stehe für den Frieden. Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, also wirklich jahrelang Gedanken gemacht, weil ich bin halt, ich komme aus der deutschen Geschichte. Ich komme ja als Deutscher zur Welt, obwohl ich mich selbst nicht als Deutscher sondern als Mensch fühle. Aber trotzdem habe ich mich von Kindesbein an mit dieser Geschichte beschäftigt natürlich. Und ich wollte immer den Frieden und so. Und dann passiert einem so etwas. Wie viele andere in der Friedensbewegung das ja auch passiert ist, die genauso denken wie ich. Und das hat uns gespalten. Das hat uns irgendwie getrennt. Und das dürfen wir nicht mehr zulassen. Wir müssen aufeinander zugehen. Egal wer es ist. Wir müssen aufeinander zugehen, weil wir können nur mit den Menschen Frieden machen, die hier jetzt sind. Und wir können nur mit denen eine einheitliche Friedenstheorie bilden, mit denen, die jetzt da sind. Und wenn die linken Kader, ich rede von den linken Kader, damit meine ich die Leute, die jetzt vielleicht in meinem Alter und älter sind, vielleicht zwei, drei Jahre jünger sind, die sich fest eingezurrt haben, wenn die meinen, dass der Frieden links ist, dann müssen wir sie erst einmal, erst einmal links liegen lassen. Und wir müssen uns mit den neuen Kräften, mit den neuen Menschen, die in die linke Bewegung rein, mit denen müssen wir diskutieren. Das ist, wie Max Planck das früher gesagt hat. Das ist leider eine bittere Wahrheit. Eine neue Theorie setze ich nicht deswegen durch, weil sie intelligenter, besser ist, als die alte Theorie. Also das hat er zu Einstein gesagt. Weil Einstein war teilweise verzweifelt, weil er auf Seminare, er hat seine allgemeine und spezielle Relativität vorgeführt. Max Planck war sein Mentor für diese ganze offene, für diese ganze physikalische Gesellschaft. Und er war ziemlich verzweifelt. Und Max Planck sagt, ja, warte mal, warte mal ab, die Theorie und so weiter. Das wird sich erst durchsetzen, wenn die neuen Leute deine Theorie kennenlernen und die alten mit ihrer alten Theorie auch sterben. Eine neue Theorie, eine bessere, setzt sich nicht durch, weil sie besser ist und von den alten Kerlen und von den alten Frauen akzeptiert wird, als eine bessere Theorie. Eine alte Theorie, die jemand nach vorne gebracht hat, der jetzt 30 Jahre mit der alten Theorie am Gange ist, der hat sich ja seine ganzen Fründe damit geschaffen. Der ist ja Vertreter dieser alten Theorie. Der vertritt die alte Theorie als ein Wahrheitsmodell. Und Wahrheit ist Krieg. Als ein Wahrheitsmodell vertritt er das. Als etwas Unumstößliches. Das erleben wir ja. Aber es gibt nichts Unumstößliches in dieser Welt und es gibt auch keine Wahrheiten in dieser Welt. Es gibt nur eine einzige Existenz in dieser Welt und das ist die Vergänglichkeit. Und das haben halt eben viele, binden das nicht in ihre rechte, linke oder mitte oder konservative Theorie mit hinein oder ihre libertäre Theorie mit hinein, in irgendeine politische Doktrin. Politische Doktrin sind Illusionen. Das sind Dinge, die innerhalb unserer Zivilisationskultur entstanden sind, die nicht vorher da waren, um Menschen in eine bestimmte Richtung zu bringen. Das ist ein Herrschaftsinstrument. Politik ist ein Herrschaftsinstrument. Parteien sind Herrschaftsinstrumente. Gleich denkende Menschen sind Herrschaftsinstrumente. Parteistrukturen gesehen. Einfacher kann man eine Herrschaftsstruktur gar nicht aufbauen. Löst euch davon. Geht auf die Menschen zu, die ganz anders denken. Als ich ein junger Mann war, also damit meine ich jetzt so 14, 13, 14, 15, 16, also sehr jung war, da war ich immer jemand, der zu denen gegangen ist, die sozusagen die Aussätzigen waren in der Gesellschaft. Das waren Punks, das waren unter der Brücke lebende Penner, so hat man sie damals genannt. Das waren irgendwelche Schläger, die abtrünnig waren und so weiter. Das waren immer irgendwelche Außenseiter der Gesellschaft. Und man hat immer gesagt, nee, 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 das ist für die bürgerliche Mitte, nee, nicht dahin. Und ich bin immer dahin. Ich bin immer zu den Leuten hin. Und diese Leute haben mir immer einen kreativen Input gegeben. Es war für mich immer faszinierend zu erleben, dass die ganz anders denken, als ich gedacht habe oder als die Mehrheit denkt. Und von denen habe ich damals in meinen jungen Jahren die besten Theorien eigentlich bekommen oder die besten Ideen. Eine ganz andere Sicht des Lebens, wo die Leute mit zufrieden waren. Ich habe immer festgestellt, dass die Mehrheit, die sagte, nicht zu denen hin, dass die völlig falsch über die gedacht hat. Dass die einfach falsch über die gedacht hat. Aus Gründen, die ich heute nachvollziehen kann. Um ihre eigene heile Welt zu repräsentieren und sich in der gut zu fühlen, braucht man das Feindbild. Gut. Denkt drüber nach. Geht wieder auf die anderen Leute zu, von denen ihr vielleicht seit einem halben Jahr gesagt habt, auf die gehe ich nie wieder zu. Das sind Idioten, das sind Rechte oder das sind Linke oder das sind Libertäre oder das sind Idioten oder das sind Penner oder das sind Schwule oder das sind Frauen oder das sind Durchgeknallte oder das sind Psychologen oder das sind Werksarbeiter. Keine Ahnung. Da gibt es ja on-mass Kriterien, wie man Menschen ausschließen kann. Kommt wieder zueinander. Der Frieden braucht das. Der Frieden braucht das. Der Frieden braucht das.